Liebe Leute, viele Grüße von zu Hause, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen, die Grippesaison ist bald vorbei und nutzt die Zeit mit der Familie, tut was für eure Gesundheit, bleibt fit, bleibt positiv, bleibt zuversichtlich. Ich habe heute meinen Trainingspartner dabei und wir machen jetzt zusammen ein bisschen Sport. Macht's gut, bis bald in alter Frische und bester Gesundheit.